Musik Im Dezember 2016 haben Markus und ich endlich unseren lang geplanten Ausflug von Tälchte nach Dienstlaken in die Tat umgesetzt. Die Reise ging stetig in Richtung Westen, dann ein Stück am Rhein entlang bis zu unserem Ziel, dem Flugplatz Schwarze Heide. Musik Wir sind um 11.44 Uhr in Tälchte gestartet und waren nach einem kurzen Zwischenstopp um 13.18 Uhr in Dienstlagen. Anschließend ging es mit viel Rückenwind und Vollgas zurück in die Heimat. Musik Vor dem Start steht der Vorflugcheck unseres Ultraleichtflugzeugs an. Motoröl, Treibstoff und viele andere Komponenten müssen überprüft werden. Musik Musik Markus übernimmt auf dem Hinflug die Funktion des verantwortlichen Piloten. Ich bin als Co-Pilot für den Funk zuständig und unterstütze bei der Luftraumbeobachtung. Musik Am sogenannten Rollhalt führen wir die letzten Tests mit unserem Flugzeug durch. Wir arbeiten die Checkliste ab und dann geht's los. Musik Ich weiß nicht, was mich an der Fliegerei am meisten fasziniert. Aber einsteht fest, der Start ist gleich zu Beginn ein echtes Highlight. Musik Erstaunlich, wie schnell unsere kleine Maschine mit ihrem 100 PS Motor beschleunigt und schon nach wenigen Metern abhebt. Musik Markus hat in dieser Phase richtig viel zu tun. Auf Wind und Geschwindigkeit achte und möglichst schnell an Höhe gewinnt. Musik Höhe ist dein Freund, sagt eine alte Fliegerweisheit. Sie gibt dir im Notfall Zeit, angemessen zu reagieren. Musik Bevor Markus und ich Kurs in Richtung Dienst lagen, kamen wir uns in der Fliegeräusche machen wir eine Zwischenlandung in Borkenberge. Der dortige Flugplatz ist schnell zu erreichen und das Anflugverfahren ist denkbar einfach. Bevor wir auf dem Flugplatz landen können, fliegen wir in die sogenannte Platzrunde ein. Sie besteht aus einem Gegen-, Quer- und Endanflug. Hier haben sich alle anfliegenden Flugzeuge einzureihen. Für Markus bedeutet das erneut allerhöchste Konzentration. Musik 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 Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich Nach einer kurzen Pause machen wir uns auf den Weg zu unserem eigentlichen Ziel, dem Flugplatz Dienstlaken Schwarzer Heide. Es erwarten uns fantastische Bilder über dem Niederrhein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einer wirklich beeindruckenden Aussicht über Wesel und Dienstlaken bereiten wir uns auf den Anflug auf dem Flugplatz Schwarzer Heide vor. Auch hier sind wir wieder in die Platzrunde des Flugplatzes eingeflogen. Markus muss etwas weiter ausholen, weil kurz vor uns ein anderes Flugzeug gelandet ist. Am Flugplatz Schwarzer Heide gibt es eine Besonderheit. Auf Piste 26 ist der Aufsetzpunkt für Ultraleichtflugzeuge sehr weit nach hinten versetzt. Bei starkem Wind von links für Markus keine leichte Aufgabe. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben unser Ziel erreicht, den Flugplatz Schwarze Heide. Nach einem kurzen Aufenthalt fliegen wir zurück nach Tächte. Doch diesmal haben wir die Rollen getauscht. Ich bin der verantwortliche Pilot und Markus übernimmt den Funk. Wir haben die Rollen getauscht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020